Was?! Hey Brüll, kannst du es gerade ein bisschen leiser machen, ja? Ich versuche hier zu telefonieren. Abi, da bist du wieder. Wenn das Brüll im Baumarkt nicht überleben kann, ja dann soll es halt nicht sein. Och Caro, du bist doch noch jung. Also auf jeden Fall noch jung genug, erwachsener zu werden. Nicht so emotional, nicht weinen. Was denkst du jetzt, hm? Fick deine Mutter. Nichts, alles gut. Der Job hat eh nie zu dir gepasst. Du solltest was machen, wo andere Leute nicht so eine große Rolle spielen. Nichts mit Kundenkontakten. Nichts, wo es auf Genauigkeit ankommt oder Sauberkeit. Einbrecher? Mir ist das zu viel. Tch, nur Notfälle. Ich bin ein Notfall. Ich bin ruhig und zufrieden. Haben Sie Suizidgedanken? Ich habe nur Gedanken über Suizidgedanken. Es hört sich immer nur um dich. Du willst doch mal ein Kick. Mir ist es leid. Und imagine that you understand what's going on inside my jumbled mind. But if I was here alone, I would hate this version of myself. Haro heul doch nicht so rum. Habe ich jetzt so eine richtige Depression? Richtig. Das ist richtig. Komm, ich trage deinen Arm. Dann bist du ein bisschen leichter. Ich brauche, dass du hier mit mir bist. Ich brauche, dass du hier mit mir bist. Ich brauche, dass du hier mit mir bist. Das ist richtig. Das ist richtig.